Was wissen die Deutschen über Schweinfurt? Welches Image hat die Stadt bei den Menschen, die noch nie in Schweinfurt waren? Mit Schweinfurt verbindet man traditionell das Bild der Kugellager- und Industriestadt. Sicher, aber das ist nur ein kleiner Teil der heutigen Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020